hallo willkommen zu unserem dritten reisetag der auch schön sonnig beginnt ja in diesem hotel oder unterkunft besser gesagt ist es so dass hier selbst verpflegung ist das heißt wir bekommen kein frühstück das müssen wir uns selber herrichten und weil wir heute einen ziemlich langen reisetag haben geht es für uns auch besonders früh los das nächste ziel das wir anfahren ist naustin und dabei handelt es sich wieder um einen schönen see viewpoint wir fahren heute die ganze ostküste entlang und es ist natürlich schon so dass man sich bestimmte ziele gesetzt hat die man unbedingt anschauen möchte aber man kommt auch an vielen schönen dingen vorbei an denen man einfach spontan stehen bleibt und sich die so anschaut so auch bei diesen unser nächstes ziel ist kein spontan ziel es wurde von uns tatsächlich schon ausgesucht und dabei handelt es sich ums tapin eine küste in der es viele felsen im wasser gibt und an einem wurde eben ein parkplatz gebaut da kann man einen bestimmten felsen von dem parkplatz aus sehr gut sehen beziehungsweise wir entschließen uns an diesen felsen hinunter zu klettern und auch noch ein bisschen an dem strand entlang zu laufen ein Untertitelung. BR 2018 Als nächstes besuchen wir wieder einen Wasserfall und zwar geht es zum Barkinafoss. Dieser liegt relativ nah an der Straße, man muss nur lediglich einige Meter zu ihm hochgehen. Musik Wir halten schon die ganze Fahrt nach den Tieren Ausschau und als wir tatsächlich welche fast direkt neben der Straße entdecken, müssen wir natürlich sofort stehen bleiben und diese ein bisschen beobachten. Musik An der Ostküste gibt es ein sehr unscheinbares, aber einzigartiges Gestein. Das finden wir am Green Rock bzw. Blabjörg. Dieses Gestein gehört zu den ältesten Erscheinungen Islands und entstand vor 9 Millionen Jahren. Der Blabjörg ist das Endprodukt der prähistorischen Eruption, eine Art komprimierte Asche. Nun wie dem auch sei, es ist grünlich, türkisfarbenes Gestein und unterscheidet sich eben optisch vom Rest der Insel. Ist klar, dass wir das natürlich auch sehen wollen. Musik An der Ostküste selber ist nicht mehr so viel los wie an der Südküste und deswegen sind wir auch ziemlich viel einsam hier unterwegs. So, auch bei unserem nächsten Ziel und zwar ist es der Gilsaphos. Den haben wir nämlich wieder ganz alleine für uns. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir verlassen jetzt die Küstenregion und fahren etwas mehr ins Landesinnere hinein. Was wir bisher noch gar nicht hatten, war, dass wir Bergpässe fahren mussten und das ist hier jetzt genau der Fall. Wir müssen jetzt diesen Bergkampf passieren, damit wir zu unserem nächsten Ziel, dem Fadagafoss, kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auch der Hengifoss hat etwas ganz Interessantes und zwar sieht man rötliche Streifen im Gestein. Nun, wie kommt jetzt zustande? Es handelt sich dabei um rötliche, körnige Tonschichten, die sich aus Vulkanasche gebildet haben. Und diese rötliche Farbe erhalten sie durch das enthaltene Eisenoxid. Es sieht auf jeden Fall optisch sehr interessant aus. Bis zum nächsten Mal. Nach diesem Powertag geht es für uns nur noch in die Unterkunft zurück. Diese ist wirklich sehr einsam gelegen. Wir müssen von der Straße aus nochmal ca. 20 km Schotterpiste fahren, um dorthin zu gelangen. Das Schöne ist, dadurch, dass sie im Winterbetrieb immer noch ist, sind wir fast ganz alleine dort und können die Ruhe für uns genießen. Wir zeigen euch natürlich auch wieder hier, wie das Zimmer aussieht und im Anschluss natürlich wieder die bisher gefahrene Gesamtstrecke. Das Schöne ist, dadurch, dass sie im Winterbetrieb immer noch nicht genießen. Das Schöne ist, dadurch, dass sie im Winterbetrieb immer noch nicht genießen. Das Schöne ist, dadurch, dass sie im Winterbetrieb immer noch nicht genießen. Das Schöne ist, dadurch, dass sie im Winterbetrieb immer noch nicht genießen. Das Schöne ist, dadurch, dass sie im Winterbetrieb immer noch nicht genießen. Vielen Dank.